Wenn ich keinen Fehler habe, kann ich auch nichts lernen. Was macht mit dir wichtig? Du bist am Filmen, oder? Ich schwöre nicht. Ich sehe dich sogar. Was ist das? Wir sind fertig. Was können wir machen? Darf man nach Hause gehen? So schwierig finde ich es nicht. Es ist gut, wenn alles klar ist von den Buchungen und so weiter. Wir machen nachher weiter. Wenn Sie zu früh fertig sind, schauen Sie doch das Zeug nochmal an. Ich würde etwas repetieren. Ich weiß nicht, ob Sie das letzte Mal gemacht haben. Ich habe angefangen, aber ich bin nicht fertig geworden. Können Sie die Sachen noch anschauen, weil Sie beide das letzte Mal mit dabei waren. Okay. Dann machen wir das. Wenn alle Dessertoren haben. Danke. Hast du auf die Tür? Du bist ein mega Idiot bei dir. Ich habe angefangen. Ich habe meinen Namen aufs Papier geschrieben. Ich habe 15 Jahre lang. Ich habe diese Fabian zu überflâng. Der wird voll auf dem socken. Was. N Emelie Masila. Was ist das denn? Tony, daftig! Ich finde, ich habe da nicht geschrieben. Meinst du? Hey Tobias, komm schon. Hast du das schon gesehen? Kennst du das? Kennst du das? Schau mal. Du kommst auf Facebook. Ich weiß nicht, die ganzen Videos aufnehmen. Zeig mal, wer hast du alles aufgenommen? Nein, nur uns.